Die Pflanzen für die Schönenberger Heilpflanzensäfte und Naturkosmetik werden von Bio-Vertragsbauern angebaut, geerntet und direkt angeliefert. Die frischen Pflanzen werden auf ihre Qualität geprüft, gereinigt und zur Safterstellung unter strengen Hygienevorschriften gepresst. In unserem Labor entwickeln Expertinnen mit jahrzehntelanger Erfahrung die wirkstoffbasierten Naturkosmetikrezepturen. Aus der zertifizierten Rezeptur wird die Kosmetikmasse hergestellt, im Labor geprüft und in sorgfältiger Manufakturarbeit in die Flaschen abgefüllt. Das Produkt wird etikettiert und nochmals geprüft. Zertifizierte Naturkosmetik mit der Kraft frischer Pflanzen. Das ist unsere Überzeugung.